Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren ja heute in der ersten Lesung den Entwurf Einzelplan 10, also den Haushaltsentwurf für 2012 von Frau Ministerin Aigner. Und ich will zunächst erst einmal feststellen, er beinhaltet wenig Neues. Da gibt es wenig Überraschungen. Im Gegenteil, muss ich sagen, er knüpft es an schlechte Traditionen der Vorjahre an. Das Markenzeichen, meine Damen und Herren, in der Landwirtschaft wird auch 2012 sein. Echte Strukturpolitik Fehlanzeige. Steuergelder werden verpulvert für passive Gießkann-Subventionen. Das wird das Markenzeichen nach wie vor sein. Ich will noch einmal daran erinnern, Kollege Priesmeier hat das schon getan, unter dem Deckmantel der Hilfe für die Milchbauern, ist in 2010 schon einmal 400 Millionen Euro hinausgegangen. Es sind dann in diesem Jahr noch einmal 300 Millionen Euro vorgesehen, mit der Gießkanne in der Fläche verteilt. Stichwort Grünlandprämie, Stichwort Kuhprämie in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Zusätzliche Zuschüsse, die die Beiträge runter subventionieren. Ab 2011, auch das ist angesprochen, die Agrardieselsubvention dauerhaft fortgesetzt. Das sind noch einmal 260 Millionen Euro Steuermittelausfall Jahr für Jahr. Alles nicht problembezogen, nur ausgeschüttet in die Fläche, ohne strukturelle Überlegungen dahinter, keine Investitionseffekte, rein konsumtiv. Eine Wirkung, die an den tatsächlichen strukturellen Herausforderungen vorbeigeht, meine Damen und Herren. Und natürlich, insofern war der Vorredner, fand ich an der Stelle auch redlich, das war ja nicht zum Nulltarif zu haben, sondern da sind Kürzungen vorgenommen worden. Das musste gegenfinanziert werden. Allein die Agrardieselsubvention in einer Größenordnung von minus 170 Millionen Euro, vor allen Dingen bei den Investitionsmitteln, bei den wichtigen Investitionsmitteln und die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz ist im Keller 110 Millionen Euro gegenüber im Vergleich von 2010 unter dem Niveau. Vor allen Dingen im Sachgebiet, im wichtigen Sachgebiet, Verbesserung, ländliche Struktur, ist richtig zugelangt worden mit Minusbeträgen. Das war die Situation, meine Damen und Herren. Wer nun also gedacht hat, dass aus dieser Situation weniger Mittel für Strukturpolitik und mehr Mittel in die Gießkannensubvention werden, dass sich das 2012 ändert, der muss leider bitter enttäuscht feststellen, das ist nicht so. Wir haben bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz keine Veränderung. Es bleibt auf dem abgesenkten Niveau des Vorjahres 0 Euro weniger gegenüber 2011 in diesem Entwurf. Und bei den Gießkannensubventionen passiert das, was Kritiker ja früher eigentlich auch schon befürchtet haben. Obwohl das Sofortprogramm ausgelaufen ist, obwohl quasi in diesem Jahr ja nach zwei Jahren Schluss ist, wird das Ganze nicht auslaufen, sondern die zusätzlichen Subventionen in der Unfallversicherung werden fortgesetzt. Das süße Gift der zusätzlichen Zuschüsse, 100 Millionen Euro, werden weiter geschleppt bis ins Jahr 2014 hinein. Noch einmal 75 Millionen Euro in 2012 in die Gießkanne, noch einmal 50 Millionen Euro in 2013 und noch einmal 25 Millionen Euro in 2014, summa summarum 150 Millionen Euro, die hier hineingepumpt werden, ohne dass strukturpolitische Schwerpunktsetzungen erfolgen. Das ist klar rückwärtsgewandte Agrarpolitik. Mittel für Strukturwandel, für Innovationen, für ökologische Ausrichtungen in der Landwirtschaft, für Investitionen werden ausgetrocknet. Mittel der Gießkannensubventionen werden aufgebläht und verlängert bis zum Gehtnichtmehr. Das war das Markenzeichen der letzten beiden Jahre. Und das wird auch das Markenzeichen 2012 werden, meine Damen und Herren. Das habe ich vermutet, Herr Schoenbeck. Auch im Bereich der Verbraucherpolitik fehlt eine echte Reformpolitik. Bei der Stiftung Warentest weiß ich nicht, wo der Grund ist, dass Sie sich auf die Schultern klopfen, meine Damen und Herren. Die Zuschüsse werden überproportional gekürzt. Die Aktion Stiftungskapital, die Sie aufgelegt haben, erweist sich schlicht und einfach als das, was wir immer befürchtet haben, nämlich als eine Kürzung der Verbraucherpolitik an dieser Stelle. Auch bei der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz, meine Damen und Herren, fehlt der Ministerin jeder Wille zur Nachhaltigkeit. Natürlich die Erhöhung des Stiftungskapitals 2012 Fehlanzeige. Das war eine einmalige Aktion. Und ein Querverbund zu den Strafgeldern des Bundeskartellamtes im 2012er Haushalt Fehlanzeige. Nichts zu erkennen. Ich fordere Sie deshalb hier noch einmal auf. Gestalten Sie endlich eine verursachergerechte Verbraucherpolitik in Ihrem Bundeshaushalt. Schaffen Sie einen Querverbund zu den Strafgeldern des Bundeskartellamtes. Das wäre wirklich mal ein innovatives Signal in der Finanzierung der Verbraucherarbeit. Vor allen Dingen ein Signal an die Sünder im industriellen Bereich, meine Damen und Herren. Hier Fehlanzeige. Beim Thema Fehlanzeige, meine Damen und Herren, kann ich natürlich das Thema DM-Anzeige nicht aussparen, Frau Ministerin. Das wird Sie ja nun nicht überraschen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Also, dass Sie diese Anzeigenserie zurückgezogen haben, war eine richtige Entscheidung. Aber, dass der Staatssekretär Müller in diesem Anzeigenverbund sich quasi zum Werbeträger einer Drogeriekette macht, empfinde ich als schlicht und einfach eine Sauerei. Das ist mit dem Amtsverständnis eines Regierungsmitgliedes nicht zu vereinbaren, meine Damen und Herren. Und genauso unerträglich, genauso unerträglich empfinde ich es, dass da sogar noch eine Agentur eingeschaltet worden ist und das aus dem Titel Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher finanziert wird. Diese sogenannten Tipps, also mehr Obst und Gemüse essen und im Sommer mehr trinken, das ist an Trivialität nun wirklich nicht mehr zu überbieten. Das hat mit Verbraucherinformationen überhaupt nichts mehr zu tun, auch nichts mit Inform. Also, wenn da einigermaßen wieder ein Lot einkehren soll, dann fordern Sie bitte Ihren Staatssekretär auf, er möge das aus seinen Dienstbezügen bezahlen, damit wenigstens wieder Ordnung herrscht. Darüber müssen wir reden, über viele andere Dinge mehr, damit das Jahr 2012 nicht zu einem verlorenen Jahr für die Verbraucher und für die Landwirte in Deutschland wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank.